Musik 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 Ich warte oben auf die Zwillinge. Was? Was? Was sind denn hier für komische Geräusche? Gut, lassen wir das. Was? 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 Was habt ihr hier veranstaltet? Hier riecht es wie in einem Sumpf. Zerbrochenes Geschirr. Hier ist irgendetwas faul. Ist hier oben noch irgendwas? Hier ist alles unten. Zielübungen auf Kleopatra? Venator bereitet seine Gabinianer auf einen Attentat vor. So sieht's aus. Da sind noch Schlangen drin. Wir gucken erstmal hier. Lauten, Schminkzeug und Duftöle. Waren hier Straßenmädchen zu Gange? Und römische Insignien? Komisch. Offenbar sollen seine Männer untertauchen. Weinfässer. Oder sich für was anderes ausgeben. Das hier riecht aber nicht nach Wein. Öl in Weinfässern? Genug Öl, um die ganze Stadt niederzubrennen. Die Königin hatte wohl recht. Venator plant was. Aber ich brauche mehr Informationen. Irgendetwas fehlt noch. Wo ist dies doch? Brief von Septimius. Lieber Venator. Ich habe ein paar Drachmen beigefügt für dein Vergnügen und die Bewaffnung deiner Männer. Bitte bleibe diskret. Der Name der Gabinianer hat noch Bedeutung bei unserem Aufstieg zum Thron. Bezahle deine Männer für das Attentat und komme zu mir nach Alexandria, sobald es durchgeführt wurde. Bitte sei effizient. Der Brandstifter kann über das Dock in ihre Villa. Unser Bogenschütze schießt den tödlichen Pfeil von einer erhöhten Position aus ab. Livius sollte einen direkteren Ansatz wählen und Alexus findet mit seinem... Ach du Scheiße. Exzentrischen Methoden sicher auch einen Weg hinein. Ich vertraue darauf, dass du den Auftrag erfolgreich abschließt. Ich erwarte deine Ankunft mit Spannung. Unsere Marine braucht Krieger wie dich. Angesichts neuer Kriegsbemühungen am Horizont. Der Orden der Ältesten ist stark. Bald werden wir den Ägyptern Frieden und Ordnung schenken. Aber unsere eigene eiserne Faust ist der einzige Weg, die Kontrolle über Ägypten zu bewahren. Septim News. Bei den Göttern? Ein raffinierter Plan. Einer seiner Männer gibt sich als Frau aus und infiltriert vermutlich den Palast. Getaunt als Weinhändler docken sie an und legen Feuer um für Panik zu sorgen. Und ein Bogenschütze schaltet die Königin dann aus. Von erhöhter Position. Venator, du bist mehr als einer von Septimius Hunden. Du hast deine eigenen Marionetten im Orden. Ich muss sie finden, bevor sie zuschlagen. Äh, direkt hier? Was? Wo? Da sind sie. Da ist sie. Die erhöhte Position. Okay, hier komme ich nicht raus. Also gehen wir wieder oben rum. So, was machen wir jetzt als erstes? Was machen wir denn da unten, würde ich sagen? Wie sehe ich aus? Ich möchte später noch die... Alexis! Das war ein Betrüger. Ein Römer, der die Königin töten wollte. Ich tue euch einen Gefallen. Können wir zurück ins Bordell? Vergessen wir Cleoppa. So, das war der. Wir machen jetzt mal hier schnelle 15. wir holen uns jetzt noch den bogen schützen ach weißt du was leck mich am arsch ja veri ja 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 So, dein Freund. Schlaf gut mit deinem Bärenkopf. Das hätten wir. Ah ja, meine Liebe. Sehr schön. Du riechst nach Meer. Die hohe See hat mich in Beschlag genommen, aber jetzt bin ich dein. Oh, gleich wieder auf Wurf und Ruff. Oh, Vorsicht! Ich bin verwundet, Aya. Ich beschütze die Königin. Du! Wir haben! Wir haben! Ich schaffe das hier, Liebste. Die sogenannte Königin. Dein Thronsaal wird zu deinem Graf. Wer von euch trägt den Namen Venator? Unser Anführer. Und du wirst nie zu ihm durchkommen. Oh, bitte. Naja. Diese Schläger wären erledigt. Aber Venator... Die Königin ist eine ehrlose Schlampe. Da ist er. Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschütter Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit mir untergehen. Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell? Und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm, ich befreie dein Kar von dir. Du Scheißkerl. Glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Du wirst gleich sterben. Das ist genug Änderung für mich. Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer! Und Ägypten gehört uns! Hurra! Meine Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht. Zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben. Die einzige Würde, die sie noch hat, liegt im Tod. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. So, mein Freund. Jetzt aber gleich hier Schluss mit lustig. Geh weg da, geh weg da, geh weg da. Das brennt. Geh weg da, geh weg da, geh weg da. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Kasper. Der ist schon eine ganze Nummer härter hier, der junge Mann. Da ist er. Na komm. Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell? Und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm, ich befreie dein Karr von dir. Du Scheißkerl. Glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Du wirst gleich sterben. Das ist genug Änderung für mich. Tod der Kleopatra. Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns. Hurra! Meine Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht. Zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben. Die einzige Würde, die sie noch hat, liegt im Tod. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Geh doch da weg, Mann. Sag mal. Wie gut, dass ich nix sehe, ey. Ah, fuck. Geh doch da raus, Mann. Oh. Oh. Hat sie irgendwo Pfeile? Ne. Gut, dann werden wir mal kurz Ausrüstung Ausrüstung mal umschwenken auf die Brandbomben. Hm? Okay. Oh Was soll jetzt aber kommen? Geh doch mal da weg! Alter, das darf doch nicht wahr sein. Es ist es ist nicht zu fassen. Ich weiß nicht, wie viele Brandbomben hatten wir ja bitte. Hast du mich? Ja! Nein, nein. Wirken, warte mal gerade, ich will mal gerade was festen, wirken Schlaffpfeile bei dem? Das tun wir gerade mal. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ey, ey, das gibt's doch nicht. Geht mir das auf den Keks. Warum geht der da am Ende nicht weg? Warum geht der da am Ende nicht weg? So, warte mal, bevor der jetzt kommt. Wieso habe ich nur zwei Brandbomben und zwei... Oh, super. Oh, aber er hat auch nicht mehr volles Leben. Doch, jetzt wieder. Geh nochmal da weg. Du wirst gleich sterben. Das ist genug Änderung für mich. Tod der Kleopatra. Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns. Hurra! Was dir da nicht weggeht. Meine Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht. Zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben. Die einzige Würde, die sie noch hat, liegt im Tod. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Geh doch da weg. Hallo! Da! Kannst du mal da hochgehen? Geh doch da weg. Geh doch, geh doch, geh doch. Der geht da einfach nicht weg. So ein Strich, ja echt. Jetzt kommt das Ding. Super. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ihn ja. Hab ich noch irgendwas? Ne, aber Pfeile hab ich noch. Alter, ein Platz in der Duat für deinen Bruder Septimius warm. Oh, Mann. Hey, alter Mann. Oh, bist du verletzt? Nur eine Flaschwunde. Äh, ich brenne. Hey. Mir geht's gut. Ähm. Jetzt tut mir nichts mehr weh. Unser Verstand tobt. Was wir auch tun, man drängt uns immer weiter. Ich brenne. Noch ein Versuch, uns auszulöschen. Meine Königin, ruht und erinnert euch. Wir müssen nicht ruhen. Es ist kein Ende dieses Bürgerkriegs in Sicht. Wir brauchen den verfluchten Thron. Unser Thron verrottet in den Händen unseres Bruders. Lasst Foxydas das Schiff vorbereiten. Wir treffen uns mit Pompejus. Unser letzter Ausweg. Ihr zwei geht voran und sagt ihm, dass wir kommen. Ja, meine Königin. Ich brenne. Immer noch. Bayek, wenn wir nicht zuerst bei Pompejus sind, dann Septimius. Ähm, ich würde den gerne looten. Der da, der ist doch da im Düftig. Warte mal, gerade. Ich... Der ist doch hier irgendwo gestorben, oder? Gibt's hier keinen Loot? Du stehst nicht mehr auf, mein Freund. Ja, auf, kommt drauf. Furcht nicht mehr auf, mein Freund. Ich gebe es Ihnen, nur dann mit dem Friedrich Stratzenmaszen etwasatherskrom- im Fladen im Fladen imski. Oder dasusive ist, wo er jetzt profitiert wieder alles접lich 매력. Das war jetzt cockfus��ningsgradig. Amen.